Hallo Messerfreunde, ich stelle euch heute meine Handmesser vor und zwar wirklich genau 5 Messer. So, 2 davon sind aber noch original verpackt und das ändern wir jetzt einfach mal. So, und das sind die 5 Stück, die ich euch vorstellen möchte. Wir fangen mit dem hier an. So, das hier ist ein klassisches 2-Handmesser mit Holzgriffschalen. So, ich werde das jetzt so machen. Ich werde die technischen Details zu dem Messer hier an der Seite einblenden. So, und das sind die Details dazu. Wir haben eine sehr schöne, lange und ich glaube, ich hatte mich gerade geschnitten. Also wirklich auch eine scharfe Klinge und wir können ja auch gleich mal gucken, wie scharf die ist. Die anderen Messer rollen wir einfach mal kurz zur Seite. So. Ja, hier bin ich ein bisschen mit dem Dingens abgerutscht. Aber das ist okay, ja. Das Messer ist auf jeden Fall scharf. Ja, so sieht ein Blatt nach einem Messer aus. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich 5 Blätter. Das ist eigentlich schon fast alles zu dem Messer. Wir haben hier noch eine Achsenschraube, dann noch 2 weitere Schrauben. Dann haben wir hier noch eine Öse für das Lanyard. Und hier haben wir noch einen Pocket Clip, der nochmal mit 3 Schrauben festgehalten wird. Und der ist ziemlich fest. Die Griffschalen sind geriffelt worden, was für einen besseren Grip sorgen soll. Und hier habe ich irgendeinen Track dran. Nein, das ist Tinte. Okay, ja. Hier an der Seite ist noch ein Aufdruck. C. Jewel Herberts 420. Das ist der Stahl. Und hier runter ist dann halt nochmal die Artikelnummer zu finden. Und das wäre eigentlich auch schon alles zu dem Messer. Ach ja, und wir haben hier übrigens einen Backlog. Der sorgt dafür, dass hier hinten die Klinge festgehalten wird und man sie dann so einklappen kann. Und das sieht dann so aus. Kommen wir einfach mal zum nächsten Messer. Das ist das hier. Ein Steampunk-Messer, weil es Zahnräder hat. Das wurde halt auch so genannt. Steampunk-Messer. Kann man bei Amazon nachschauen. Ich werde natürlich alle unten verlinken und natürlich halt auch überall die Stahl, Länge, Gewicht und das Ganze raussuchen. Das wird eine Menge Arbeit für ein einziges Video, was jetzt schon drei Minuten geht. So, aber wir haben hier granatisierte Griffschalen. Oder ist das nur Lack hier? Das kann auch sein. Die Klinge finden wir hier in einem dunklen Stonewashed-Look. Das Teil ist ein Zweihand-Messer eigentlich, aber man kann es auch mit Mühe mit einer Hand öffnen. Ja, aber das flippt dann halt nicht auf. Also ist es wahrscheinlich dann eher als Zweihand-Messer gedacht. Wir haben hier halt zwei Zahnräder, mit denen man das Messer theoretisch auch öffnen kann, wenn das halt schon so halt rausgekommen ist, weil wenn man das hier in diesem Bereich bewegt, dann ist es ja noch gesichert und dann kann man das hier hinten an den kleinen dann so aufdrehen. Auf der anderen Seite haben wir dann halt hier den Pocket-Clip, der sehr lang und gebogen ist und auch nicht zu straff gezogen ist wie bei dem anderen. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Zahnräder auf der Seite und hier ist dann halt noch die Achsenschraube. So, und was haben wir hier für Zeugs draufstehen? C-Jule Herbertz, 24. Achso, genau das gleiche wie bei dem anderen. Ja, wir machen mal noch einen Schärfetest. Ja, das ist scharf. Also, ich hatte bisher noch nie Probleme mit irgendwelchen Herbertz-Messern. Die sind bisher alle immer scharf gewesen, als ich mir die bestellt habe. Okay, hier hat das Papier nachgegeben. Irgendwie komme ich mit der Spitze nicht so richtig rein. Ach, geht doch. Und das wäre es dann eigentlich auch schon wieder zu dem Messer. Wir haben hier halt 2, 3 Schrauben, die das Messer zusammenhalten und eine Achsenschraube. So, und das nächste, das kennt ihr sogar schon. Das hatte ich mal bei dem Steampunk-Video vorgestellt. Das hatte ich mir auf dieser Messe mal geholt. Bisher hat sich auch nicht wirklich an meiner Einstellung dazu geändert. Ein bisschen problematisch ist das mit dem Lock hier. Hier ist dann halt noch die Stahlbezeichnung und so drauf. Und ja, die Nummer. Das hier ist diesmal ein richtiges Springmesser, weil es hat 2 Daumenpins auf der rechten und linken Seite für Rechts- und Linkshänder. Wir haben hier G10-Griffschalen, ein Lanyard-Hole und mehrere Schrauben, die das zusammenhalten. Auf dieser Seite ist wieder der Pocket-Clip. Der ist nicht so straff gezogen, wie ich dachte. Und der hat schon eine kleine Delle hier. Das ist nicht so schön. Ich weiß nicht, wie viele Leute das Messer vor mir schon ausprobiert hatten oder in den Händen gehalten haben. Aber naja, eigentlich sollte das nicht so sein. Aber okay, kommen wir einfach mal zum Schnitttest. Ja, und es hat sich nicht wirklich was getan, als ich das letzte Mal das Messer vorgestellt habe. Es ist nur ein bisschen stumpfer geworden, weil ich damit auch öfters mal arbeite. Aber eigentlich geht es ja sogar noch von der Schärfe her. Man sieht es ja. Links einblenden. Gut, und wenn wir das gemacht haben, dann kann das eigentlich auch schon wieder zur Seite. Hm, welche soll ich nehmen? Beide sehen irgendwie sehr schön aus. Hm. Ich habe eine Idee, wir fangen mit dem hier an. Ja, das kommt als letztes. Das Beste kommt zum Schluss. Das hier ist auch wieder ein sehr geiles Teil. Es ist ein Einhandmesser, wie man offenbar schon sieht. Hat auch einen guten Klinggang. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Es hat hier Ranken, die sich um den Griff schlängeln. Und hier unten hat man eine weiße Einsetzung, die hier aussieht wie Perlen oder irgendein Gestein, was weiß ist. Und das wird halt auch nochmal von zwei Schrauben hier an den Griff gehalten. Die Klinge, das ist hier eigentlich wieder genau das gleiche wie bei den anderen. Die Details werde ich euch hier an der Seite wieder einblenden. Ja, und dann gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Hier haben wir dann einen Pocket Clip, der sehr straff gespannt ist, wie man hier schon sieht. Und die Klinge wurde auch perfekt zentriert, wie mir gerade auffällt. Und wir haben nicht weiter bearbeitete Liner Locks. Also nicht weiter gefärbt. Sondern halt einfach in einem Silber. Der Griff geht richtig schön über mit der Klinge. Und was man hier wahrscheinlich auch schon erkennt, sind, dass hier Riffelungen drin sind. Das heißt, es ist halt nicht einfach nur so gefärbt, sondern man sieht hier halt auch wirklich, die Klinge ist an einigen Stellen dicker und an anderen Stellen dünner. Und die Färbung spiegelt auch sehr hier. Hier kann man wunderbar in mein Zimmer spähen. Aber kommen wir doch einfach mal zum Schärfetest. Schärfetest. Das andere Messer war ja jetzt nicht so erfolgreich. Und ja, irgendwie will das auch nicht so richtig. Das könnte man denn da machen. Aber scharf ist es dennoch. Mehr oder weniger. Das habe ich auch schon etwas länger als nur 2-3 Tage. Das wurde auch öfters mal schon für Pakete verwendet. Für große Pakete, wie zum Beispiel das BRS. Das habe ich mit diesem Messer ausgepackt. Und ja, wahrscheinlich ist dann halt auch während der Zeit schon ein bisschen stumpf geworden. Das habe ich jetzt schon seit so ungefähr 8 Monaten bei mir. Und es hat halt immer noch die Verpackung gehabt. Oh Wunder, oh Wunder. So, kommen wir einfach mal zum letzten und für mich auch zum besten Messer, was ich hier von der Herberts rumliegen habe. Das ist dieses hier. So sieht es aus. Lässt sich geschmeidig mit einer Hand öffnen. Und wir haben hier einen sehr seltsamen Verschluss. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es schließen will. Man muss hier hinten das Teil runterdrücken. Und dann lässt sich die Klinge damit einklappen. Aber das kann man auch aufklappen mit diesem Mechanismus. Und das sieht dann so aus. Oh, es hat sogar beim ersten Mal schon geklappt. Juhu. Das hier wird wahrscheinlich wieder G10 sein. Hier haben wir wieder einen Stonewashed Look. Mit einer Klingenrinne, wie ich das gerne nenne. Der normale Ausdruck lautet Blutrinne. Aber ich mag diesen Begriff nicht unbedingt. Hier unten sieht man dann auch nochmal die Federn und den Rest vom Mechanismus. Und das hier ist auch das erste Mal, dass ich bei so einem Messer Nieten vorgefunden habe. Und der Rest sind halt Schrauben, die sich auch schon wieder langsam abnützen. Wen haben wir denn hier? Geben sie sich zu erkennen. Okay. Ja, das war gerade meine Katze, die aus dem Karton gekrabbelt ist. Gut. So, ich werde euch natürlich hier noch schnell die Master an der Seite einblenden zu diesem Messer. Und dann kommen wir einfach mal zum Schärfetist. Und das läuft sehr geschmeidig. Das Messer ist wirklich ein schön scharfes Messer. Es hackt zwar auch ein bisschen hier, aber es ist schärfer als so manch anderes, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und die Katze taucht wieder ab. Nun ja, draußen wartet schon wieder eine andere Katze. Ich muss mich also beeilen. Ach ja, und wir haben hier übrigens wieder einen Pocket Clip. Der von der anderen Seite des Griffes losgeht. Hier rüber. Und dann hier rein. So, und das wäre es eigentlich auch schon zu diesem Unboxing. Wir sind jetzt schon bei 15 Minuten. Fast 16 Minuten. Aber das muss ich dann alles runterkatten. Wenn es klappt. Und ja, ich wünsche euch dann auch einen schönen Tag. Morgen ist Weihnachten. Und wir sehen uns dann morgen nochmal bei einem anderen Video, wo ich dann das Messer vorstelle. Was ich schon auf meinem Instagram-Account angekündigt habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.